Welcome to the fire, I'm the one with the fire. Hi Freunde, herzlich willkommen zu In-N-Outside-EU-Podcast, Folge Nummer 152. Ich bin Wilmer Diassi und das ist der Marco. Hallo. Und ja, jetzt waren wir länger nicht mehr in der gewohnten Runde, aber war auch mal schön. Das stimmt. Anders. Ich habe sogar euren Podcast von letzter Woche verstanden. Du hast mir ja noch geschrieben, ob es nicht Untertitel geben könnte. Naja, man weiß es nicht, aber Servers Feedback wäre durchaus positiv. Also scheint das nicht das Problem gewesen zu sein, aber ich finde es schon immer sehr lustig anzuhören, dass je länger das Gespräch geht, desto mehr fangt ihr dann an, dass ihr dann noch mehr bayerisch redet. Ja, und das ist ja immer, wenn ein anderer dabei ist, der auch bayerisch spricht, dann wird es bei mir viel, viel mehr. So unter normalen Umständen versuche ich ja eher mein bayerisches Hochdeutsch. Ja, und jetzt haben wir gedacht, erzähl mir mal so ein bisschen, weil uns ist eigentlich fast das Gleiche passiert. Das ist halt wahrscheinlich das Problem, wenn man mal seine gewohnten vier Wände verlässt. Dann die Münchner Bubble. Erst die Box Bubble und dann die Münchner Bubble. Aber fang doch nur mal an zu erzählen, was dich da ein bisschen beschäftigt hat, jetzt wo du weg warst. Oder wo warst du überhaupt? Ja, wir waren ja erst in Dessau und dann war ich jetzt im Allgäu ein paar Tage. Und deshalb ist mir ganz extrem aufgefallen beim Frühstück, wie die Menschen halt sich so ernähren und wie sie sich bewegen, dass man halt sieht, wie träge sie werden. Also einfach durch relativ wenig Bewegung im Alltag, wahrscheinlich kaum bis kein Sport und halt diese übermäßige, man muss fast sagen, Mast an Kohlenhydraten. Also wie man richtig sieht, wie das, was sie essen und wie sie essen, wie sie das so richtig träge macht und gefühlt nicht nur im Körper, sondern im Kopf. Also dass die Leute von allem irgendwie so, also auch nicht mehr komplex denken können, weil ihr Körper zu nichts mehr in der Lage ist, außer wahrscheinlich auf den Zucker zu warten auf den Nächsten. Ja, wir hatten ja so ein ähnliches Thema auch, als wir von Aruba zurückgekommen sind. Nur mal kurz, um die Leute abzuholen. Wir waren in Dessau auf dem Waited Calisthenics-Wettkampf. Über meine Leistung wollen wir jetzt mal besser nicht sprechen, weil ja, war einfach echt nicht mein Tag. Aber nur, um halt vielleicht mal einen Kontext zu geben, warum wir da überhaupt hingefahren sind. Ja genau, also da war sozusagen schon Strike One, wo wir uns das schon gedacht haben, was ist denn da los? Genau, am Wochenende war ich in Allgäu, da war ich auch eine Nacht im Hotel und da beim Frühstück wieder genau das Gleiche. Glaubst du, dass das dann nur so ein Urlaubsding ist, dass halt die Leute dann sagen, so ja, jetzt komm im Urlaub. Glaub, da hau ich jetzt mal richtig rein oder im Hotel? Oder ist das einfach, denkst du, das so beobachten zu können, dass das was Regelmäßigeres bei so Leuten ist? Also Hotel macht natürlich sicher auch was aus. Du hast dann dein Buffet und kannst dir alles nehmen, was du daheim vielleicht nicht hast. Aber wenn du jetzt siehst, wie die Leute ausschauen, dann kannst du zurückschließen, dass die das nicht nur im Hotel mal essen, sondern dass das ganz gang und gäbe ist eigentlich. Ja, das ist schade. Ja, Mahlsau ist dieses Zuckermengen in sich reinstopfen. Gestern war ich in einem Kaffee, im Computer ein bisschen das nächste Tutorial geschnitten, das hoffentlich bald fertig ist. Und dann auch am Nachbartisch zwei voluminösere, Mutter und Tochter wahrscheinlich. Und hat eine riesen heiße Schokolade und noch Schokokroissants dazu. Und du siehst richtig, das kommt auch daher, weil sie das alles so gern essen. Also, dass es nicht nur halt eine Süßigkeit ist, kombiniert mit irgendwie was Normalem, sondern dass es halt dann wirklich überall doppelt ist. Genauso ähnlich, wie wir ja auch über diese Kochsendung gesprochen haben auf Aruba, wo wir auch so ein bisschen schockiert waren, weil ab einem gewissen Punkt denkst du dir halt so, weißt du, was ich meine mit diesen Instagram-Posts, wo sie immer diese geilen, in Anführungsstrichen geilen Nachspeisen machen, wo so mische Nutella mit Choco-Chips und dies und jenes, wo du dann irgendwann denkst, so mehr macht deswegen nicht besser. Also, das wird ja dann ab einem gewissen Punkt, wird es so zuckerlastig, wo man sich einfach fragt, wie man das noch konsumieren kann. Ja, und dann kommt auch das Fett dazu. Also, dann Pfund Butter und da sind wir so erschrocken auf Aruba. Das war ja wirklich... Und ich finde es wirklich faszinierend, wie sich das dann so ins Unermessliche steigert, weil wir sind ja die Letzten, die da irgendwie was dagegen haben. Ich stelle mir auch irgendwie gerne Süßigkeiten oder sowas rein. Aber es gibt halt irgendwie Süßigkeiten und dann gibt es so dieses nochmal einen Gang höher, wo man sich einfach, also, ja, als, denke ich, normal funktionierender Mensch nicht mehr so wohlfühlt damit, das überhaupt zu essen, weil es einfach auch nicht mehr schmeckt. Ja, ich esse ja auch ab und zu mit was. Und dann schaue ich über den anderen zu und denke mir, allein schon beim Zuschauen habe ich einen Zuckerschock. Also, ich kann richtig spüren, was das mit dem Körper macht. Und das siehst du den Leuten halt auch an. Und ich glaube, diese Trägheit ist ein Riesenproblem, weil das eben nicht nur dann körperlich ist, sondern gefühlt auch die geistigen Fähigkeiten damit zu abnehmen. Aber apropos Trägheit, für mich war es jetzt auch, also, mein tolles Erlebnis jetzt vom Montag. Ich bin im Urlaub in der Türkei gewesen, fliege ich ja jedes Jahr ungefähr hin, und bin mit meiner Mama zurückgeflogen. Und man weiß ja, wie die Gates dann halt ausschauen, die sind halt immer so ein bisschen voll und so und Sitzplätze eher Mangelware. Auf jeden Fall sind mehr oder weniger alle Sitzplätze belegt. Und dann ist so ein, ja, ein Teil von dem Terminal, da liegt wirklich ein Typ, ich schätze ihn so auf maximal 33, 34, dem Anschein nach fitte Person. Und der lag wirklich quer über fünf so Sitze drüber und hat dann aber noch so die restlichen mit seinen Taschen blockiert. Da habe ich mir echt gedacht so, ich meine, ich weiß, viele von denen, das war halt um neun Uhr morgens, die sind vielleicht schon sechs Stunden mit dem Bus unterwegs und so weiter und so fort. Oder haben, es ist ein Anschlussflug und sie haben dann quasi überachtet. Man weiß es nicht, genau. Und trotzdem fand ich es so krass, weil ich dann halt hingegangen bin zu ihm und habe halt gesagt so, also meine Mama ist nicht mehr die Jüngste so, und dann habe ich gesagt, ja, ob sie den Sitzplatz halt haben kann, gell? Und dann schaut er mich so an und sagt einfach nein. Sagt einfach nein. Und dann habe ich ihn nochmal kurz so angesprochen, so nach dem Motto, ja, Alter, du schläfst da. Und so eine Tasche kann man halt auch wegziehen. Und bist halb so alt gefühlt, ja, und was das soll. Und dann habe ich mal angefangen, das Ganze so zu beobachten. Dann hat er den Platz hat er freigeräumt. Zwischenzeitlich sind andere Plätze frei geworden. Dann haben wir uns dann halt woanders hingesetzt, aber ich habe ihn dann trotzdem noch beobachtet. Da standen dann um ihn herum bestimmt fünf, sechs ältere Menschen. Der hat einfach seinen Arsch nicht hoch bewegt, ne? Richtig asozial. Das war ihm einfach egal. Er hat dann da gepennt. Keiner ist hingegangen. Keiner hat irgendwie was gesagt. Und dann habe ich mir echt gedacht, das ist so faszinierend. Da sitzen so viele Menschen. Und man müsste meinen, dass Reisen so, also man sieht richtig, wie anstrengend das ist. Ich meine, ich weiß, Reisen kann anstrengend sein. Speziell, wenn man halt vielleicht nicht 1,60 Meter groß ist und halt vielleicht Sitze klein sind oder ein Flugzeug eng ist oder solche Sachen. Aber ich weiß halt nicht, warum es halt dann unbedingt fünf Sitzplätze sein muss. Und dann, als er dann nur noch auf vier gehen musste, dann hat er sich schon die ganze Zeit in den Nacken gefasst, weil sein Nacken natürlich jetzt so verspannt war und so. Also es ging halt immer weiter. Er wollte dann schon fragen, ob ich ihm noch so ein Nackenkissen noch geben soll, damit es gemütlicher ist. Und dann kam sein Spätzle an, der hat dann genau das Gleiche auch noch gemacht. Also einfach nur versoffen und faul und ignorant der Gesellschaft gegenüber hat mir gar nicht getaugt. Schockierend. Das verstehe ich ja gar nicht. Ich könnte ja auf so Sitzende bequem liegen, da lege ich mir lieber am Boden. Also das verstehe ich auch nicht. Vor allem, du sitzt ja nachher sowieso die ganze Zeit im Flugzeug. Das ist vielleicht sogar auch mal ganz angenehm, ein bisschen rumzugehen, solange man es noch kann. Aber wie gesagt, man weiß es auch nicht, was die dann so hinter sich haben oder wie auch immer. Aber so schlimm kann es gar nicht sein, dass ich da neben irgendwie 60, 70, 80-Jährige rumstehen lasse. Ja, vor allem, das ist ja ein begrenzter Zeitraum. Das dauert ja dann nur eine Viertel der Stunde, bis Boarding ist. Und dann geht es doch. Und die Viertel der Stunde ist doch dann auch schon wurscht, wenn es den ganzen Tag am Flughafen warst. Und es sind ja wirklich so viele Sitzplätze vorhanden, dass man ja durchaus da mal durchrotieren könnte. Naja, genau. Sonst? Ja, aber es ist schon wirklich ein Problem, wenn man dann wieder auf andere Fußgängerzonen läuft, die nicht München sind. Dann schauen die Leute schon anders aus. Sie haben ja schon so eine Bubble. Das haben wir ja schon öfter angesprochen, dass auch in der Box sieht man ja nur fitte Menschen. Ja. Und dann in München, wenn man rumgeht, da geht es dann. Da sind alle so halbwegs gefüllt irgendwie in Form. Und man sieht die Extreme nicht so oft. und dann kommst du irgendwo außerhalb hin und denkst dir, puh. Also mit Form halt meinen wir einfach so, dass der Alltag halt manageable ist, ohne dass man halt so Sachen wie Reisen als so übermäßig extrem anstrengend halt empfindet. Oder eher also einfach normale Sachen. Du brauchst dann nur schauen, wenn du öffentlich unterwegs bist, die riesenbreite Treppe leer, vor der Rolltreppe stehens an, warten, dass sie mit der Rolltreppe hochfahren können. Aber ich finde, das ist besser geworden. Ich sehe ganz viele Leute, die auch extra immer Treppen gehen. Also ich finde, das ist in München echt nicht so. Also alleine auch diese Philosophie, dass super viele Rad fahren und so. Ja, aber wenn ich öffentlich unterwegs bin, dann gehe ich ja eh meistens Treppen, weil dann bin ich auf dem Weg zum Bahnhof oder sonst wo ich nachher eh sitze. Das heißt, da bin ich ja froh, wenn ich mich vorher oder dazwischen mal bewegen kann. Aber das ist auch auffällig. Da stehen Sie lieber an der Warteschlange von der Rolltreppe an, anstatt die Treppen hochgehen. Ja, voll. Und ich glaube, das wäre ja so ein Tipp für die meisten, die jetzt sagen, ja, sie sind jetzt nicht super sportlich. Ihnen liegt es halt nicht, zum Sport zu gehen, was sie aus diversen Gründen nicht mögen oder können. Einfach mal diese Alltagsbewegung ein bisschen hochschrauben. Ein paar mehr Schritte machen jeden Tag. Ja. Gerade so, wenn man mal draußen unterwegs ist, einmal die Treppe nehmen. Oder wenn man vielleicht im dritten Stock wohnt, mal anfangen, immer einen Stock weg noch zu gehen. Einfach so die Alltagsbewegung ein bisschen nach oben treiben, weil das summiert sich über die Woche ganz schön auf. Du bringst mehr zustande, als wenn du jetzt einmal die Woche zum Training gehst. Ja, bist fertig mit deinem Rant. Naja, viele Vorschläge. Oh Gott. So hast du noch was. Nein, ich wollte nur noch mal ganz kurz die Leute einladen, dass sie am 13.07. bei uns in der Box vorbeischauen. Was ist denn am 13.07.? Am 13.07. Ihr habt es vielleicht schon an der Tafel gesehen. Es ist ja unser Final Rap Underground Wettkampf. Und das fand ich schon total mega nice, weil sich schon einige gemeldet haben, dass sie uns auch helfen. Also da kommen relativ viele, jetzt schon über 20 Teilnehmer von außerhalb. Und wir machen hier eben sozusagen viele von denen ihren allerersten Weighted Calisthenics Wettkampf. Und bei uns aus der Box macht der Flo mit. Das ist auch sein erster Weighted Calisthenics Wettkampf. Und das wäre mega geil, wenn der ein oder andere Bock hat, den da ein bisschen anzufeuern. Habe ich gedacht. Ja, das ist sicher cool. Also deswegen jetzt mal noch ein bisschen Zeit vorab, damit ihr es auch einplanen könnt und eben auch Bescheid wisst. Ich glaube, da freut er sich. Wann geht es los beim Wettkampf? 13 Uhr. Okay. Und ich mache es dann auch demnächst so eine Umfrage auf Instagram wegen Foodtruck. Ob einfach die Leute, wenn sie kommen würden, Bock drauf hätten. Dann kann man den vielleicht für ein, zwei Stunden halt fragen. Dann wird es auch noch einen netten Burger geben. Und dann kann ja auch vielleicht, wer Bock hat, zum Zuschauen vorbeikommen, wie üblich. Vielleicht was mitbringen oder sowas. Ich weiß, normalerweise ist es für die meisten ja nur cool, wenn sie dann auch so ein Partner-Workout haben und dann halt danach ihre Kekse und Schnickschnack und Bananenbrot schnappolieren können. Aber vielleicht ist es ja auch mal ganz cool. Was anderes anschauen. Genau. Einfach nur mal zum Gucken, Ratschen und gemeinsam irgendwas. Ich glaube, im Sport schauen sind die Menschen jetzt eh drin. Jetzt ist ja gerade Fußball-Eurobameisterschaft. Da schauen sie ja im Sport. Das war nämlich noch mein nächster Punkt. Ich glaube nämlich, dass danach Deutschland spielt. Und da könnten wir vielleicht danach. Ich glaube nicht. Da ist ja im Halbfinale oder im Finale schon. Ich glaube nicht. Ach so, echt? Könnte natürlich sein, dass Deutschland noch dabei ist. Ach ja, stimmt. Das ist ja schon viel später. Ja, okay. Aber ich sage es jetzt einfach mal voraus. Ach so. Das ist das Orakel. Eigentlich war das gar nicht schlecht. Aber wir können es ja so machen, dass wenn Deutschland spielen sollte an dem Tag, dass wir es dann danach anschauen. Kann man überlegen. Wenn es von der Uhrzeit her gar nicht passt, dann wäre es ja doof. Aber ich habe mich jetzt nicht genug vorbereitet. Was ist jetzt der Unterschied zwischen so einem Underground-Wettkampf und dem, was du immer machst? Also es gibt bei meinen Wettkämpfen viel mehr Teilnehmer und damit dann auch tatsächliche Gewichtsklassen. Und jetzt bei uns ist es so, dass es keine Gewichtsklassen gibt. Die werden zwar trotzdem gewogen, einfach, dass man es in Relation ein bisschen setzen kann, aber treten dann alle gemeinsam an. Und man muss natürlich auch sagen, dass wir jetzt so den Wettkampf, ich möchte nicht sagen, aus den Ärmel schütteln, sondern wir bauen natürlich schon auch alles so ein bisschen um extra dafür. Aber wenn du da jetzt die professionelleren Varianten, da würde es jetzt dann zum Beispiel anderes Equipment geben. Also vielleicht noch mal mehr Dippbaren für den Aufwärmbereich, spezielle pulverbeschichtete Stangen, die einfach noch mal so ein bisschen schärfer sind und solche Sachen haben wir jetzt hier nicht. Und viel mehr schmale Scheiben. Also da werden jetzt nicht so viele Bumperplates auf so einem professionellen Wettkampf rumgefahren werden wie jetzt hier. Das stimmt ja. Also da gibt es schon kleine Unterschiede, einfach weil es kleiner gehalten ist und ein bisschen lockerer natürlich. Ja, quasi ein idealer Einsteigerwettkampf. Ja, voll, genau. Also wenn man schon Zeit macht zu Hause und Sie denken, Mensch, jetzt bin ich mehr so weit, will man schauen, wie ich denn unter Wettkampfbedingungen, welche Lasten die da bewegen kann, dann ist das der Einstieg. Ja, genau. Und ich denke einfach, grundsätzlich macht es ja mal Spaß, so Sachen anzuschauen. Ich fand es ja zum Beispiel auch, als wir letztes Jahr auf der Deutschen Meisterschaft waren vom Bundesverband für Fitness, einfach so Events sind schön zum Anschauen und sieht ein bisschen Sport, auch vielleicht Sportarten, die man mal nicht macht oder so. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Das war es auch schon. Livestream machen wir, wenn wir es hinkriegen, auch. Vielleicht, ja. Einfach mal, um das Ganze mal zu testen. Wie das denn so ist. Ja, weil vielleicht haben wir mal in der Zukunft mal wieder vor, Crossfit-Wettkämpfe oder sowas auszurichten. Und dann haben wir da schon mal einen Testrun hingelegt. Da bin ich sehr gespannt. Da werde ich viel damit beschäftigt sein, dass das läuft. Ja. Also so ein Livestream ist schon mal eine andere Hausnummer, was wir sonst machen, ja. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wir wollten ja heute auch noch eine kurze Folge aufnehmen. Kurze Folge machen wir, die letzten waren wieder länger. Genau. Nächste Woche, also der nächste, einer der Nominees steht aus im Podcast. Aber ob es nächste Woche schon was wird, weiß ich nicht. Aber demnächst kommt wieder ein Gast. Ich glaube, bei dir stehen auch noch. Ja, ich habe einen Gast, also es hat die Woche leider nicht geklappt, aber nächste Woche vielleicht, haben wir schon ausgemacht zum Aufnehmen. Und du hast ja sozusagen den zweiten Nominee auch noch an der Hand. Genau. Ja, können wir uns dann da noch irgendwann zusammensetzen. Ja, cool. Okay. Ja gut, Freunde. Dann würde ich sagen, genießt das wunderschöne Wetter. Ich weiß nicht, ob es schön ist, dass es gerade regnet. Nee, eben nicht. Deswegen war jetzt auch nur Spaß. Und wir sehen uns die Tage, oder? Ciao, ciao. Nächste Woche. Ciao. Bigger they are, harder they fall.